Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Review von SonicJump. Dieser 6. Review von Sega. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay. June. Das Spiel ist ganz nett, ganz chillig, so wie Doodle Jump sein. Noch eins. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja gut, das war es erstmal mit meinem kleinen Preview von Sonic Jump. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.